Lege dich auf einen Deckel und sei sicher, dass dich niemand stört. Lege dich in Shavasana, das heißt, lege dich auf den Rücken, in eine vollkommene Ruhrhaltung, ohne den Körper zu bewegen. Fußspitzen fallen leicht auseinander, Arme und Hände legen kraftlos neben dem Körper auf der Unterlage und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich ganz auf dich selbst. Spüre deinen Körper. Nimm dich selbst wahr, ganz bewusst. Spüre in deinen Geist und in deine Seele hinein. Konzentriere dich jetzt auf deinen Atem. Spüre bewusst, dass du atmest. Wenn du einatmest, hebt sich die Bauchdecke. Atmest du aus, sind sie wieder nach unten. Schau deinem Atem einfach zu, ohne ihn zu verändern. Beobachte nur. Lasse es atmen. Mach dir jetzt bewusst, dass du von einer wunderbaren, überaus